Die ATP World Tour. Das Beste, was Tennis zu bieten hat. Und darunter zwei Schweizer in der absoluten Weltspitze. TeleClub zeigt alle Turniere der Masters 1000 und World Tour 500 haben, sowie ausgewählte 250er Events. Und zum Saisonabschluss die ATP World Tour Finals aus London mit den besten 8 Spielern des Jahres. Alles live auf einem Sender. Das Basis-Paket Cinema erhältst du jetzt bereits ab monatlich 14,90 Franken. Buche das Zusatzpaket Sport dazu und genieße das beste Sport- und Kinofernsehen ab total 27,80 Franken im Monat. TeleClub. Pausenlos beste Unterhaltung.